hallo liebe lego freunde ich bin holger der austrian brick fan aus dem schönen kärnten in österreich und heute lego animal crossing set nummer 77050 nukes laden und so fies aus 535 teile für 75 euro eins von ich glaube es waren fünf sets plus polybag zum neuen themenbereich animal crossing die sets sind alle am ersten märz 2024 erschienen und das hier ist teile mäßig und auch preismäßig das größte und ich bin sehr neugierig wie sich bauen lässt ausschauen tut man nicht schlecht und ich mag die neuen minifiguren in dem fall natürlich nuk und rosie und ja lasst uns anfangen viel vergnügen so 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 so